Herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. Die Jupitermonde. Total faszinierend, dieses Thema, denn einige davon sind ja sehr spannend zu beobachten und zu erforschen, denn eventuell gibt es zum Beispiel auf dem Jupitermond Europa Leben, denn unterhalb der Eisschicht gibt es flüssiges Wasser und die große Frage ist, könnte es da auch Leben geben, was sich außerhalb der habitablen Zone wohlgemerkt, das ist das Spannende, in diesem Milieu entwickelt hat. Ich hatte einen Vortrag gehalten über die Jupitermonde, ist schon eine Weile her und wie es in der Wissenschaft so ist, es gibt plötzlich neue Entdeckungen, in dem Fall nämlich neue Jupitermonde. Wir stehen jetzt aktuell bei 79, wahrscheinlich wird es dann in den nächsten Jahren noch mehr geben, denn es ist ja der größte Planet des Sonnensystems, der unheimlich viele Körper um sich herum scharrt und mittlerweile haben die auch Namen bekommen im Sommer 2019, das heißt, das ist ein sehr spannendes Themengebiet, hier sich diese Monde anzuschauen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, das ist eine absolute Premiere. Über die Jupitermonde habe ich noch nie was erzählt und freue mich sehr, dass wir hier die Gelegenheit dazu haben. Sie sehen hier auch wunderbare Aufnahmen. Das ist in der Form eben vor wenigen Jahren noch nicht möglich gewesen. Das verdanken wir der NASA-Sonder Juno. Juno ist ja die Gattin von Jupiter in der Mythologie, in der römischen Redeweise. Wenn Sie das übertragen, ursprünglich, die Griechen haben ja gesagt, Hera war die Gattin von Zeus, Zeus eben der höchste Gott. Und das ist durchaus gerechtfertigt, denn es ist ja der größte Planet im Sonnensystem und an dem kommt man nicht so ohne weiteres vorbei. Hier sehen wir Aufnahmen von der Südpolarregion, also was erstmals möglich war, weil eben Juno so einen speziellen Orbit eingenommen hat. Und wir sehen hier auch das Hauptthema des heutigen Abends, die vier galiläischen Monde, die auch die hauptsächliche Masse ausmachen von allen Monden. Als ich Teenager war und ich kann durchaus sagen, der Jupiter mit seinen Monden war da eigentlich auch nicht ganz unschuldig, dass ich mich für Astronomie interessiere. Im Teenager-Alter hatte ich dann eben ein Kinderlexikon und damals war noch die Rede von, das war irgendwie Anfang der 80er Jahre, von elf Jupitermonden. Jetzt sind wir bei 69 und eventuell hat sich in der letzten Stunde das sogar schon geändert. Also es ist wirklich ständig ein neuer Mond, der dazukommt. Und es ist einfach der Punkt, dass eben unheimlich viele kleine Körper natürlich dem Jupiter folgen und mit dem Herumfliegen und auch kaum eben zu entdecken sind, weil sie sehr klein sind. 99,997 Prozent der Masse von allen Jupitermonden, die man kennt, zusammengenommen, stecken in diesen vieren drin. 99,997 Prozent. Das heißt, der Rest ist wirklich vernachlässigbar. Und es wird auch im Wesentlichen um diese vier Monde heute Abend gehen. Da werden Sie sehen, da haben wir schon genug uns vorgenommen. Sie können natürlich noch die anderen 65 Monde und weitere Körper dazunehmen. Aber da weiß man natürlich jetzt durch Vorbeiflüge, durch Aufnahmen, durch Analysen einfach mehr. Und darüber wollen wir heute Abend reden. Was erwartet Sie im Besonderen? Ganz kurz möchte ich nochmal was zum Jupiter sagen. Wir werden auch dann sehen, natürlich Juno und andere Missionen hatten natürlich auch nicht nur die Jupitermonde zum Ziel, sondern auch Jupiter selbst. Und es geht eben um die Frage zum Beispiel des Magnetfelds von Jupiter, seiner Atmosphäre. Man weiß auch nicht, was der Kern zum Beispiel genau ist von diesem Gasplaneten. Wir reden natürlich über den Wegbereiter der modernen Astronomie, Galileo Galilei, der eben diese Jupiter-Welt als erster genauer entdeckt hat, weil er eben das Teleskop zur Verfügung hatte, was von dem Holländer Lipperhey entwickelt wurde. Und wir reden dann über die Profi-Astronomie, die danach eben an Fahrt aufgenommen hat. Mithilfe der Raumfahrt kann man natürlich dann auch Sonden dorthin schicken. Das dauert natürlich einige Zeit, weil das eben schon das äußere Sonnensystem eigentlich betrifft. Und wir werden dann insbesondere uns sehr genau um diese vier Monde kümmern und uns fragen, was für Bedingungen herrschen da, was hat man herausgefunden, was ist der aktuelle Stand. Und ich möchte Ihnen dann eben die neuesten Bilder zeigen, die wir von der Juno-Mission haben. Wirklich atemberaubend schöne Bilder auch von ästhetischem Reiz. Und zuletzt ganz kurz, da kann man natürlich noch nicht viel sagen, weil die Sonde startet erst noch. Die hat den schönen Namen JUICE, die also das Ziel hat, genau diese Jupiter-Monde und auch den Jupiter noch mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Da müssen wir aber noch ein paar Jahre warten. Zunächst also zu Jupiter. Und da gibt es eine wunderschöne Animation. Jetzt werden Sie sich fragen, wie kann eigentlich das mit dem Hubble-Weltraumteleskop aufgenommen worden sein? Also es ist aus der Nähe der Erdatmosphäre aufgenommen worden mit dem Weltraumteleskop Hubble. Und natürlich ist diese Animation zusammengestückelt worden aus Einzelbildern. Deshalb können Sie jetzt auch hier den Jupiter in Action sehen. Sie sehen eben viele Details. Dieses schöne Band, die bandartigen Strukturen. Das können Sie auch mit einem relativ kleinen Teleskop schon wirklich dann gut sehen. Bänderförmige Strukturen und natürlich dem berühmten großen roten Fleck, eine Wirbelsturmregion, die doppelt so groß ist wie die Erde, die seit Jahrhunderten stabil ist und auch seit Jahrhunderten beobachtet werden kann. Die bänderförmige Struktur kommt daher, dass der Jupiter wahnsinnig schnell um sich selbst kreist. In nur zehn Stunden ist diese riesengroße Kugel einmal um sich selbst gekreist. Wenn Sie sich das mal vorstellen, was das bedeutet, der ist ja ein Vielfaches größer als die Erde. Und die Erde braucht 24 Stunden für einen Umlauf. Der Umlauf der Erde, die Rotationsperiode, wie man das astronomisch nennt, hat ja abgenommen durch die Gezeitenreibung, durch die Wechselwirkung von dem Erde- und Mondsystem. Und bei dem Jupiter ist eben das Problem, dass er keine solche Abbremsung durchlitten hat und deshalb wahnsinnig schnell um sich selbst kreist. Das hat natürlich dann Konsequenzen für die Atmosphäre. Sie sehen die bänderartige Struktur. Sie sehen natürlich wahnsinnige Strömungen, Turbulenzen durch diese schnellen Strömungen an der Oberfläche. Also überlegen Sie sich einfach, was wäre eben los, wenn Sie die Erde aufpusten zu einem viel größeren Planeten und das Ding noch ein bisschen schneller rotieren lassen. Dann sind natürlich die Passatwinde ganz anders unterwegs, als es eben der Fall ist. Der Jupiter, um jetzt noch mal kurz auf den Planeten zu sprechen zu kommen, ist also ungefähr 318 mal massereicher als die Erde. Verglichen mit der Sonne ist es etwa 1 Promille. Hier haben wir die Sonnenmasse, eine 2 mit 30 Nullen in Kilogramm. Und wie ich ja immer gerne zu sagen pflege, der Jupiter ist auch eine verhinderte Sonne, wenn Sie so wollen. Wäre er 80-fach schwerer, würde er nämlich hier in den Bereich kommen von 0,08 Sonnenmassen. Da wird es dann spannend. Dann ist der Körper nämlich massereich genug, dass im Inneren die Temperatur eine Million Grad überschreitet. Allein durch das Zusammenquetschen dieser Masse, durch den Druck, wird es dann so heiß, dass dieses Material dann eben die Kernfusion starten kann und dann daraus ein Stern wird. Das heißt, wir haben insofern Glück gehabt. Der Jupiter ist eben nicht schwerer geworden, 80-fach schwerer und dann hätten wir eben Star Wars-Verhältnisse mit dem Heimatplaneten Tatooine von Luke Skywalker, der ja von zwei Sonnen dann beschienen wird. Vom Durchmesser her ist der ungefähr zwölffach größer als die Erde. Die Entfernung beträgt ungefähr fünf astronomische Einheiten. Sie wissen ja, wenn der Astronom au sagt, dann tut ihm nichts weh. Er meint einfach nur die Astronomical Unit, also die Einheit, die den Abstand festlegt, die mittlere Entfernung von der Sonne zur Erde, 150 Millionen Kilometer. Und das Fünffache davon ist im Wesentlichen der Abstand von dem Jupiter. Rotationsperiode haben wir schon darüber gesprochen. Das sind diese knapp zehn Stunden. Also das ist wirklich sportlich, ja. Der ist richtig sportlich unterwegs, obwohl ein Gasplanet, ein Gigant, ein Riese, der zwölffach größer ist, an der Oberfläche, er dreht sich in knapp zehn Stunden einmal um sich selbst. Umlaufzeit zum Glück etwas gemächlicher, da reden wir von zwölf Jahren. Das ist auch ganz interessant, denn Sie wissen ja, dass wir die Tierkreis-Sternenbilder haben, wenn Sie die Ebene des Sonnensystems eben mit dem Himmel schneiden, gibt es den Tierkreis. Das sind die zwölf Tierkreis-Sternenbilder, die Sie alle vom Horoskop kennen. Und weil der Jupiter eben genau zwölf Jahre unterwegs ist für einen Umlauf, bedeutet es auch, dass er in jedem Jahr in einem neuen Tierkreis-Sternenbild drinsteht. Nach zwölf Jahren hat er also alle zwölf besucht und dann geht der Spaß wieder von vorne los. Aktueller Stand, wir haben 69 Monde. Sehr beeindruckend, wie ich gesagt habe, das meiste der Masse von diesen Monden steckt in den vier sogenannten galiläischen Monden. Der größte von ihnen, Ganymed, dann Callisto, Europa und Io. Die schwere Beschleunigung hängt ja von der Kugel ab, nämlich von der Masse der Kugel, aber auch von dem Radius der Kugel. Und die spannendere Größe ist eigentlich der Radius, es geht nämlich mit 1 durch Radius zum Quadrat. Das bedeutet, je kompakter die Kugel ist, umso stärker ist die schwere Beschleunigung. Deshalb verwundert es nicht, dass die schwere Beschleunigung trotz dieser gigantischen Masse aufgrund der Größe dieser Kugel eben nur, in Anführungsstrichen, 2,5 Mal die Erdbeschleunigung entspricht. G, mit klein g meinen die Physiker und Astronomen die Erdbeschleunigung, 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Also wenn Sie hier irgendwo aus dem Fenster springen, haben Sie nach einer Sekunde Ihre Geschwindigkeit um 9,81 Meter pro Sekunde erhöht. Nach einer weiteren Sekunde wieder, das ist die Erdbeschleunigung. Und die schwere Beschleunigung bei dem Jupiter ist eben nur 2,5 Mal größer als bei der Erde. Wenn Sie es vergleichen wollen mit einem praktischen Gegenstand, das ist wie eine Kinderschaukel. Wenn Sie schaukeln auf einer Kinderschaukel, haben Sie das 2,5-fache Körpergewicht. Das kann man aushalten, tut nicht weh, vielleicht längere Zeit wird einem dann doch schlecht. Aber das bedeutet, wenn Sie wirklich an der Oberfläche wären von dem Jupiter, dann ist es moderat von der schwere Beschleunigung. Ein großes Problem ist natürlich, Sie können da nicht einfach Ihren Fuß hinsetzen und dann stehen bleiben, denn es ist ja ein Gasplanet. Das heißt, er hat keine feste Oberfläche. Wenn Sie da dann reinfallen, stürzen Sie in diese wahnsinnig turbulente Wolkenstruktur hinein, die übrigens im Wesentlichen aus Wasserstoff und aus Helium besteht. Das sind die häufigsten Materialien im ganzen Universum. Es gibt Beimischungen von Methan und Ammoniak, aber im Wesentlichen hat er eigentlich die Zusammensetzung wie die Sonne. Wasserstoff und Helium, also die Gasplaneten, haben dieses Material zur Verfügung und haben sich daraus gebildet. Eine große Frage ist eben, was ist da drin? Was noch nicht gelungen ist, eben eine Sonde hineinzuschicken in diese Wolkenstruktur und hinunterstürzen zu lassen, dann auch natürlich Kontakt zu halten, um dann herauszufinden, wie verändert sich eben die Zusammensetzung, die Dicht- und Temperaturverhältnisse und kommt man vielleicht dann doch irgendwann auf einen festen Kern. Also das ist unklar. Vielleicht kann man das aber natürlich jetzt mit Sonden auch herausfinden, indem man einfach um dieses Objekt kreist und dann eben versucht herauszufinden, etwas über das Innere herauszukriegen mit Messgeräten, zum Beispiel mit Magnetfeldsensoren oder auch eben mit spektroskopischen Sensoren. Es wurde auch ein Ringsystem entdeckt, vielleicht ist das gar nicht so bekannt, obwohl es eigentlich schon relativ lang her ist, wo man das entdeckt hat. 1974 wurde schon mit den ersten Raumsonden herausgefunden, dass auch der Jupiter schwache Ringe hat, natürlich nicht so imposant wie bei dem Saturn, aber immerhin. Und jetzt wollte ich nochmal was sagen zu dem Entdecker eben von der Jupiter-Welt, Galileo Galilei. Er hatte ja 1609 dann das Fernrohr benutzt und hat damit eben sich auf Entdeckungsreise am Himmel begeben und das ist ein wunderbares Instrument, um dann natürlich die weit entfernten Welten sich heranzuholen. Und die wichtigsten Entdeckungen möchte ich Ihnen hier mal kurz listen. Er hat eine Sternexpression entdeckt, das war für die damaligen Verhältnisse natürlich, ein Durchbruch und auch was Besonderes, denn natürlich seit Aristoteles, seit der Antike, galt ja der Himmel als etwas Unveränderliches, wo keinerlei Veränderung stattfindet. Das ist der Ort der Götter, wo der Mensch keinen Einfluss hat und plötzlich sieht man da etwas aufflammen, was man für einen neuen Stern, deshalb eben Nova, für einen neuen Stern hielt. Paradoxerweise kam er dann eben heraus, als man das verstanden hat, Jahrhunderte später, dass hier gerade ein Stern gestorben ist. Das heißt, es ist eine Sternexpression gewesen und es war das Ende von einem Stern. Das ist übrigens auch die Zeit der letzten Sternexpression, die man in der Milchstraße gesehen hat. Das ist also ungefähr 400 Jahre her und es ist absolut überfällig. Also die nächste Sternexpression ist seit Jahrhunderten überfällig. Wir haben nämlich eine Supernova-Rate von drei bis circa drei pro Jahrhundert, pro Galaxie. Das heißt, in den letzten 400 Jahren hätten wir eigentlich zwölf Sternexpressionen haben müssen. Es gab aber keine einzige. Also es wird wieder Zeit und hoffentlich ist die dann nicht zu nah. Er hat auch entdeckt, dass der Mond keine Scheibe ist. Er hat die sogenannte gehörnte Venus entdeckt. Das sind die Sicheln. Die inneren Planeten zeigen auch Sicheln wie die Mondsicheln durch Beleuchtungseffekte mit der Sonne. Deshalb hat er die Phasen der Venus entdeckt. Er hat auch entdeckt, dass das Band der Milchstraße eben aus Einzelsternen besteht, was man diffus vorher mit dem bloßen Auge nicht auflösen konnte, konnte er auflösen. Und die wichtigste Entdeckung war tatsächlich die Jupiter-Monde. Und zwar deshalb auch aus einem weltanschaulichen, philosophischen und gerne auch religiösen Grund heraus. Denn man dachte ja, dass die Erde steht im Zentrum der Welt. Es gab natürlich zu dieser Zeit, Anfang des 17. Jahrhunderts, schon das kopenikanische Weltbild. Aber es war natürlich umstritten und nicht beliebt bei der Kirche insbesondere. Und jetzt schaut er eben durch sein Teleskop durch und sieht, guck mal, ich sehe eine Welt. Da kreist nicht alles um die Erde, sondern hier kreist etwas um den Jupiter, nämlich Monde. Für diese Monde steht der Jupiter im Zentrum der Welt. Und damit hat er mit bloßem Auge gesehen, dass hier ein Widerspruch zu dem aktuell eben favorisierten Weltbild vorherrscht. Und auch eben die Supernova ist in diesem Kontext zu sehen. Und das war natürlich die Zeit des Umbruches, der Beginn der modernen Naturwissenschaften. Auch der Beginn des Experiments auf die wissenschaftliche Methodik geht auf Galileo Galilei zurück. Und ich hatte ja hier schon mal Überleben und Werk von Galileo Galilei vorgetragen in der Volkshochschule. Und es ist wirklich ein Wegbereiter gewesen, der selbst auch Einstein tief beeindruckt hat. Er konnte mit seinem kleinen Teleskop, was ja ungefähr 30-fache Vergrößerung hatte, ein paar Zentimeter Öffnung, also das war winzig unter dem heutigen Gesichtspunkt, konnte er nicht wirklich die Ringe auflösen. Also man spricht ja von den sogenannten Henkeln. Das ist dieses, wenn man sozusagen wirklich die Planetenkugel und den Ring voneinander trennen kann und einen Zwischenraum sieht, das sind diese sogenannten Henkel, das konnte er nicht sehen. Er sprach in seinen Beschreibungen von den dreigliedrigen Saturn, also hier ein Stück vom Ring, da ein Stück vom Ring und die Planetenkugel. Das konnte er gerade so noch mit dem kleinen Teleskop wahrnehmen. Und das war natürlich dann später möglich, den ja weiter entfernten Saturn mit besseren Teleskopen aufzulösen. Der gute Galilei hat auch in die Sonne dummerweise geschaut, natürlich ahnungslos, dass er sich da großen Schaden zufügt, denn natürlich gibt es auch unsichtbare Teile des Lichtes, Infrarot und UV, die eben stark das Auge schädigen. Das führte auch dazu, dass er im hohen Alter dann erblindete. Und er hat aber dann auch entdeckt, dass die Sonne auch eben nichts Perfektes ist. Das ist ein Gasball, der Flecken hat, die aussehen wie so Fliegenschiss, aber die letzten Endes dann daher kommen, dass wir hier Magnetfelder haben, die die Sonnenoberfläche durchstoßen, wo dann eben das Sonnenplasma sich etwas abkühlt und die deshalb eben schwarz erscheinen. Wir können das heute sehr einfach mit den kleinen Sonnenfinsternisbrillen auch gefahrlos anschauen. Das sind Profifolien, die Sie benutzen können, um wirklich in die Sonne zu schauen. Sie haben natürlich dann keinen Vergrößerungseffekt, aber Sie tun dann die Sonne um den Faktor 100.000 eben abschwächen. In der Helligkeit und können dann, wenn Sie gerade eben diesen Aktivitätszyklus hat, können Sie diese Sonnenflecken sehen. Letzter Hinweis, im Jahr 2009 haben wir das Internationale Jahr der Astronomie, International Year of Astronomy, IYA, gefeiert. Und der Grund war natürlich die Begründung der modernen Astronomie, der Beobachtung mit Teleskopen durch Galileo, Galilei im Jahr 1609. Nun kommt ein großer Sprung zu den Raumsonden. Also wir sind jetzt schon im Jahr 1973, 1974. Da gab es nämlich die ersten Vorbeiflüge von NASA-Sonden namens Pioneer 10 und 11. Es gab aber keine wirklich guten Bilder, die man von der Jupiter-Welt geschossen hat. Das änderte sich dann erst mit Voyager, die 1977 gestartet wurden, Voyager 1 und 2. Das sind die am weitesten entfernten, menschengemachten Objekte, die sich ja jetzt einige Lichtstunden von uns entfernt befinden, aber noch immer locker natürlich innerhalb des Sonnensystems. Es ist zwar hinter Pluto, aber immer noch innerhalb des Sonnensystems. Und diese Voyager-Sonden hatten Kameras an Bord, die eben wunderbare, scharfe Fotos geschossen haben von Jupiter. Die werden wir uns gleich auch anschauen. Ein Riesenerfolg dann für die Erforschung von Jupiter war die Sonde Galileo. Ein Orbiter, das bedeutet, die Sonde ist nicht einfach vorbeigeflogen wie die anderen, sondern das Ziel war tatsächlich hinzufliegen zu Jupiter und dann in einen Orbit einzuschwenken. Das heißt, das System zu umkreisen und dann über viele Jahre Fotos zu schießen. Und das hat man eben hier fast acht Jahre gemacht. Und es gibt unheimlich viel Bildmaterial, was ich Ihnen auch zeigen möchte. Also das war wirklich wichtig für die Wissenschaft und für die wissenschaftlichen Erkenntnisse über Jupiter und die Jupiter-Monde, insbesondere den galiläischen Monden. Ein Vorbeiflug war auch eine Sonde, die gar nicht zum Jupiter eigentlich sollte. Das war die Sonde Ulysses 1992 von ESA und NASA, ein Gemeinschaftsprojekt. Die sollte eigentlich zur Sonde, wurde aber natürlich zu dem Riesenkörper Jupiter hingeschossen, mit dem Ziel, dann diesen Schwung mitzunehmen von der Beschleunigung durch diese große Jupiter-Masse, um dann wieder Schwung aufzunehmen, zurückzufliegen zur Sonne in einen speziellen Orbit. Das heißt, hier gab es auch dann Untersuchungen der Magnetosphäre mithilfe von den Magnetometern, also von Messgeräten für Magnetfelder an Bord dieser Sonde, die natürlich auch bei der Sonne eingesetzt wurden dann später. Aber es gab eben keine Kameras, die jetzt irgendwelche Fotos geliefert haben. Also nicht so spektakulär. Wir wollen ja Bilder sehen, Bilder der Astronomie. Und da wird es eben dann zum Beispiel auch spannend bei Cassini Huygens. Ebenso ein Vorbeiflug war die Sonde New Horizons. Die sollte nämlich zum Pluto, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, haben tolle neue Bilder gesehen von den Monden, von den fünf bekannten Monden von Pluto. Und das war eben nur ein Vorbeiflug in der Nähe von Jupiter. Und was dann wieder wichtig war, also nach Galileo würde ich sagen, die zweite wichtige Mission für die Jupiter-Welt war die Juno-Mission von der NASA, wo man eben eine ganze Armada von Detektoren an Bord hat. Auch hier wieder eine Orbiter-Mission, also schwenkt eben ein in einen speziellen neuen Orbit, dass man nämlich auch die Polregion von Jupiter sehen kann. Und die Aufgabe war eigentlich die Untersuchung des Magnetfeldes von Jupiter, seiner Atmosphäre. Müssen Sie sich vorstellen wie ein Schlauch diese Magnetosphäre. Also Sie haben die Kugel des Planeten. Und wie so ein Fahrradschlauch liegt da drum das Magnetfeld von Jupiter. Und das sind wirklich die heftigsten, extremsten Strahlungsgürtel im ganzen Sonnensystem. Also die geladenen Teilchen werden da wahnsinnig beschleunigt, erreichen sogar relativistische Geschwindigkeiten, werden also so schnell fast wie das Licht. Und da werden wir also gleich nochmal drauf zu sprechen kommen und uns auch tolle Bilder anschauen, die eben zeigen, was diese Aktivität der Magnetregion eigentlich da bedeutet. Und auch welche Rolle natürlich hier die Monde spielen. Zukunftsmusik ist dann eben ab dem Jahr 2030 wird die nächste Sonde dort ankommen, JUICE, von der ESA gestartet. Das ist ein Projekt gewesen, was man ausgeschrieben hat im Rahmen des Cosmic Vision Program der ESA, was eben dann vorausplant für die Jahre 2015 bis 2025, werden dann immer, wird sozusagen in die Community gefragt, ihr habt jetzt einen Wunsch frei, ja, ihr könnt eine Sonde starten, was wollt ihr machen? Und die Community schart sich dann zusammen, überlegt sich dann eben ein tolles wissenschaftliches Ziel, überlegt sich auch, wie die Sonde aufgebaut sein könnte. Und dann treten eben verschiedene Dinge gegeneinander an. In dem Fall war es, glaube ich, die üblichen drei verdächtigen Grundlagenforschung in der Physik, nämlich einen Satellit, der Gravitationswellen messen und erforschen soll. Natürlich auch ein spannendes Thema. Ich glaube, das zweite war Erforschung von Exoplaneten und Leben, extraterrestrischen Leben. Und das dritte war eben JUICE, wo es eigentlich auch dann um extraterrestres Leben unter anderem geht und die Erforschung speziell von Jupiter und seinen Monden. Und das wurde im Jahr 2012 ausgelobt. Das ist eine sogenannte Large Class Mission, also eine große Sonde, ein großes Objekt, was man da mit einer ordentlichen Trägerrakete rausschießen muss. Und das wird also auf jeden Fall kommen. Aber jetzt endlich Bilder. Schöne, schöne Bilder. Es sieht wirklich taufrisch aus, aber dieses Bild ist von 1979. Unglaublich. Natürlich aus nächster Nähe geschossen. Sie sehen hier den großen roten Fleck und Sie sehen, hoppla, es gibt auch einen kleinen weißen Fleck. Also diese Objekte sind häufig anzutreffen. Das sind Zyklone, Wirbelsturmgebiete. Hier eben der große rote Fleck, doppelt so groß wie die Erde. Sie sehen auch wunderschön diese typischen Strukturen. Das kommt Ihnen vielleicht bekannt vor, wenn Sie eine Kerzenflamme auspusten, sehen Sie auch den Rauch aufsteigen und Sie sehen auch solche wirbelartigen Strukturen. Die Hydrodynamiker nennen das Kelvin-Helmholtz-Instabilitäten. Das sind also charakteristische, übrigens genau dasselbe, wo die Wellenform von der Wasserwelle, die dann auch irgendwann bricht, herkommt, das ist auch nichts anderes. Das passiert immer dann, wenn Sie zwei verschiedene Strömungen haben mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die an der Grenzfläche aneinander zusammenkommen. Also das sehen Sie unheimlich häufig, diese wellenartigen Strukturen. Das ist eine neuere Aufnahme, die ist schon von 2017, nämlich von der Juno-Mission von der NASA. Es sind, glaube ich, nur 900 Kilometer gewesen, die hier die Sonde über dem großen roten Fleck drüber geschwebt, vorbeigeflogen ist und dann eben eine der detailreichsten Aufnahmen überhaupt gemacht hat von dieser Wirbelstromregion. Kommen wir nun zum ersten Mond und da nehmen wir uns natürlich gleich den größten vor, Ganymed. Hier eine Aufnahme, die von Galileo 1996 aufgenommen wurde. Es gibt gewisse Ähnlichkeiten, wenn Sie es so vergleichen, mit dem Erdmond. Es sieht so ein bisschen aus wie das Mondgesicht, dunkle Strukturen. Es gibt aber auch sehr helle Strukturen und das will man natürlich jetzt verstehen. Und da kommen natürlich die Geologen ins Spiel, wobei Geologen vielleicht da gar nicht so der richtige Begriff ist. Sie wissen ja, Geo die Erde, aber das hat man nicht verändert. Und der Ganymed ist also ungefähr anderthalb Mal größer als der Erdmond. Er umläuft den Jupiter in sieben Tagen ungefähr. Der Abstand ist deutlich größer als bei der Erde. Wir reden hier von einer Million Kilometer. Das ist ungefähr das zweieinhalbfache von der Distanz des Erdmonds zur Erde. Erdmond ist ja ungefähr 400.000 Kilometer entfernt, also mehr als das Doppelte. Das Doppelte ist auch die Masse. Der Ganymed ist doppelt so schwer wie der Erdmond. Und wenn Sie sich mal die Temperaturen angucken, hier ist immer Minimum, Durchschnitt, Maximum angegeben. Im Durchschnitt haben wir also 110 Kelvin. Ist also nicht wirklich ein Ort, der empfehlenswert für den nächsten Urlaub wäre. 110 Kelvin bedeutet minus 160 Grad, minus 150 Grad Celsius. Alle diese Monde, das wird immer wieder kommen, befinden sich in gebundener Rotation. Sie sind nämlich relativ nah an diesem Giganten Jupiter dran. Das heißt, das was auch bei der Erde und beim Mond hierzulande passiert ist, die beiden durch Gezeitenreibung passen sich aneinander an. Das heißt, der Mond, deshalb steht hier eben auch nicht die Rotationsperiode des Mondes. Das ist nämlich, weil das eine gebundene Rotation ist, ist es genauso groß wie die Umlaufzeit. Das heißt, so lange wie der Mond braucht, um einmal um den Jupiter zu kreisen, so lange braucht er auch, um sich einmal um sich selbst zu drehen. Und deshalb haben Sie dann den Effekt, wenn Sie vom Jupiter aus gucken, kriegen Sie niemals die Rückseite von Ganymed zu Gesicht. Immer dieselbe Seite. Es ist der größte Mond übrigens auch im Sonnensystem. Aber wenn Sie mal schauen, vom Durchmesser her, gar nicht schlecht, dafür, dass die Erde so klein ist, haben wir eigentlich einen ziemlich großen Mond. Also das ist auch das Besondere am Erde-Mond-System. Wir haben für unsere kleine Erde einen sehr, sehr großen Begleiter. Die Oberfläche ist aufgrund der Kälte natürlich mit Eis bedeckt, ein mehrere hundert Kilometer dicker Eispanzer. Tektonisch ist auch dieser Ganymed aktiv. Es gibt im Wesentlichen zwei Kontinentalplatten, die sich gegeneinander verschieben, wo Sie dann eben auch natürlich wie bei der Erde Gebirgsbildungen haben. Es gibt sehr, sehr alte dunkle Regionen, die enthalten viele Krater. Wenn wir uns nochmal das Bild anschauen, hier mit den Kratern ist es nicht wirklich sehr scharf zu sehen. Also hier haben wir die dunklen Regionen, hier haben wir eine helle Region. Da kann der Experte schon etwas draus lesen. Denn wenn Sie viele Krater haben, bedeutet es ja, Sie können eben über viele Jahre das sehen, was dieses Narbengesicht nämlich verursacht hat, den Einschlag von Körpern. Und es gab keinerlei Effekte offenbar, die diese Krater zum Verschwinden gebracht haben. Es gibt aber eben jüngere, helle Regionen und da finden Sie weniger Krater. Das sagt eben dann eben auch, es muss jünger sein, weil es gab dann irgendwelche Effekte, die dafür gesorgt haben, dass diese Krater verschwunden sind, die vorher natürlich durch Einschläge auch entstanden sein müssen. Das Alter der älteren Oberflächen sind drei bis 3,5 Milliarden Jahren. Das ist also schon recht hohes Alter. Das Hubble-Weltraumteleskop, HST, hat außerdem nachgewiesen durch Beobachtungen, dass wir Sauerstoff haben, der in der dünnen Atmosphäre sich von Ganymede befindet, der dort entweicht. Vermutlich ist es so, das weiß man nicht genau, es gibt auf jeden Fall Wasser, gefrorenes Wasser bei den kalten Bedingungen. Und dieses wird aufgespalten. Der Wasserstoff ist dann zu leicht natürlich, kann nicht festgehalten werden. Deshalb finden wir auch keinen Wasserstoff in der Erdatmosphäre. Durch die Fluchtgeschwindigkeit, durch die geringe Masse von dem Wasserstoff fliegt es sozusagen gleich weg. Hat eine höhere Geschwindigkeit als die Fluchtgeschwindigkeit. Und beim Jupiter ist es genauso. Wasserstoff würde dann entweichen, aber der Sauerstoff ist ein so schweres Molekül, wenn das als O2 davor kommt, dann wird es eben festgehalten und bleibt eben in der Atmosphäre. Es gibt auch ein ganz neues Phänomen, was man beobachtet hat. Erstmals, 2005 meine ich, war das mit der Cassini-Sonde, die ja, wie wir gesagt haben, vorbeigeflogen ist. Erstmalig beobachte den sogenannten Kryovulkanismus. Was im Gottesnamen ist das? Es ist ein Vulkanismus, den es auf der Erde nicht gibt. Er ist nur extraterrestrisch bei einigen Beispielen beobachtbar. Er funktioniert bei Temperaturen weniger als 150 Grad Celsius, also unter anderem bei den Eismonden von Jupiter. Und Vorkommen wurden beobachtet bislang, gut, hier steht vermutet, bei Europa ist es vermutet. Bei Titan wurde es zum ersten Mal 2005, das ist der größte Saturnmond, da wurde es mit Cassini zum ersten Mal beobachtet, dass es da eine Form von Vulkanismus gibt, dass da Gase aus der kalten Oberfläche austreten. Auch bei Enkeladus von Saturn wurde es gesehen, bei Triton, man vermutet es auch bei Charon, dem größten Mond vom Pluto. Und der größte Asteroid, die Ceres muss man korrekterweise sagen, ist ein Körper, der ja bei seiner Entdeckung auch ein Planet erst mal war. Das ist der größte Körper in der Region zwischen der Mars- und der Jupiterbahn, wo die Asteroiden sich tummeln. Und dann ist es der größte Körper mit einigen hundert Kilometern Durchmesser. Und auch er zeigt diesen Kryovulkanismus. Was ist damit jetzt gemeint? Es ist keine glutflüssige Lava wie auf der Erde, die da austritt, sondern es sind leicht schmelzbare Materialien wie Methan, Kohlendioxid, Wasser und Ammoniak. Und es passiert eben so, dass sie natürlich im Inneren, wo es noch kälter ist, typischerweise diese Materialien gefroren sind. Aber sie haben natürlich Wärmequellen. Durch die Gezeitenkräfte, durch die Massage nämlich von Jupiter im Zusammenwirken auch mit anderen Monden, werden die Monde im Inneren durchgeknetet. Unter Umständen haben sie auch radioaktive Elemente. Das spielt auch zum Beispiel eine Rolle bei der Wärme, die wir im Erdinnern haben. Das ist auch im Wesentlichen Radioaktivität. Schwere Elemente, die dort zerfallen, wie Uran und andere. Und dadurch haben sie dann eben Wärmequellen, die dann dazu führen, dass dieses gefrorene Material verdampft. Und dann sucht es natürlich seinen Weg nach oben und tritt irgendwo aus. An der Oberfläche ist es dann wieder so kalt, dass es dann gefriert. Und dort gibt es dann diese Schichtung von dem Material. Sie können also wirklich beobachten, wie sich Schicht um Schicht, um Kryovulkane, wie man die nennt, sich dann diese Strukturen aufgebaut haben. Hier ist ein Beispiel für eine typische Region. Das ist jetzt auch eine alte Aufnahme. Sie sehen hier schon von der Anmutung her keine Farbe und so weiter. Etwas unscharf. Das ist von 1979, Lagasse-Sulkus, eine Region. Mit typischen Strukturen auf Ganymede, länglichen Strukturen, ovalen Strukturen. Man sieht hier auch eine berühmte Kraterkette auf Ganymede, Enki-Kathena. Das sind, wenn Sie hier das durchzählen, ungefähr wohl 13 Krater. Und die ganze Kraterkette hat eine Länge von 160 Kilometern. Und vielleicht haben Sie Mitte der 90er Jahre das auch verfolgt. Da gab es ja eine Beobachtung bei Jupiter, wo nämlich der Komet Showmaker Levi 9, zu nah rankam an den Giganten. Und das sollte man niemals tun, denn dann wirken natürlich Gezeitenkräfte, kneten auch den Kometen durch. Und die haben dazu geführt, dass dieser Komet eben zerrissen wurde. Weil natürlich jetzt diese Trümmerteile, die sich dann da gebildet haben, alle denselben Impuls haben, dieselbe Geschwindigkeit, bewegen die sich wie auf einer Perlschnur entlang und nahmen dann Kollisionskurs auf Jupiter, der natürlich mit seiner großen Masse das angezogen hat. Und es gibt wunderschöne Bilder, habe ich jetzt hier nicht mit aufgenommen, zum Thema Showmaker Levi 9, wie der zerrissen wurde. Und dann zack, 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 nach und nach diese Trümmerteile, den Jupiter getroffen haben und dann natürlich da spektakulär auch verschwunden sind und dann Reaktionen auch gemacht haben mit der Jupiter-Atmosphäre. Und genau sowas muss eben hier passiert sein. Da kam auch irgendein Körper zu nahe, wurde zerrissen und die Trümmerteile sind eben wie auf einer Perlschnur, dam, 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 hier so eingeschlagen. So, vermutet man, ist das Ganze zustande gekommen. Wie sieht es im Inneren von diesem größten Mond von Jupiter aus? Da kann man natürlich im Wesentlichen nur spekulieren. Aufgrund der Beobachtungen und eben indirekt schlussweise Masseverhältnisse, Größenverhältnisse kann man auf Dichte rückschließen usw. Man vermutet eben, es gibt mehrere Schichten von Eis, dazwischen mehrere Schichten von flüssigem Ozean. Obwohl es hier schweinekalt ist, natürlich ist das flüssig. Warum? Das ist derselbe Effekt wie im Winter, wenn wir Salz streuen. Das haben wir auch schon mal beim Thema Mars besprochen. Da gibt es ja auch an der Oberfläche, obwohl es da sehr, sehr kalt ist, fließendes Wasser, was man entdeckt hat. Und das liegt daran, weil das Salz eben dafür sorgt, dass dieses Wasser dann natürlich einen niedrigen Gefrierpunkt hat. Das heißt, es bleibt dann eben trotz dieser Kälte flüssig. Wie bei uns im Winter, wenn wir Salz streuen, haben wir dann flüssiges Wasser auf der Straße. Und so ist es eben wohl hier auch in dem Inneren. Sie haben salzhaltige Ozeane. Und der Salzgehalt nimmt mit dem Annähern zum Zentrum des Mondes dann auch zu. Deshalb haben Sie dann eben diese Effekte, dass Sie da erstmal flüssige Ozeane vermuten unter dem dicken Eispanzer. Das wurde dann eben schon gefolgert, dieser Schalenaufbau mit der Galileo-Sonde, die also ein erster Riesenerfolg war. Es ist ein ganz ähnlicher Kern wie bei der Erde. Man spricht ja bei der Erde auch vom Nife-Kern. Ni für Nickel, Fe für Eisen. Ein Eisen-Nickel-Kern. Und vielleicht ist es auch Eisensulfid im Falle von Ganymede. Aber das sind eben die favorisierten Materialien für das Innere. Es ist also ganz ähnlich aufgebaut wie die Erde in dem Zusammenhang. Der Mantel besteht aus silikatischen Gesteinen. Und außerdem, das haben wir schon besprochen, diese salzhaltigen Ozeane, Wassereiskruste, Kryovulkanismus, der vermutlich aber zum Erliegen gekommen ist. Was erstaunlich ist, dieser Ozeangrund erstreckt sich also bis 800 Kilometer Tiefe. Vergleichen Sie das mal mit irdischen Verhältnissen. Der Marianengraben hat eine Tiefe von 11 Kilometern. Ist also immerhin tiefer, als der Mount Everest hoch ist. Aber 800 Kilometer Tiefe, da ist das schon sehr, sehr sportlich. Man kann zum Beispiel, deshalb schickt man auch Gravitationssensoren, also schwere Feldsensoren bei den Sonden mit. Man kann nämlich, das macht man bei der Erde ja genauso, aus Variationen der Schwerkraft, wenn man da herumfliegt um das Objekt, kann man natürlich darauf schließen, ob es irgendwelche Unregelmäßigkeiten im Inneren gibt. Also Sie können eben aus solchen schwere Feldmessungen auch eben auf das Innere schließen. Deshalb weiß man überhaupt auch was über das Innere. Also es ist wirklich sehr geschickt, wie man das Ganze gestalten kann. Kommen wir zu Nummer 2, Callisto. Sieht etwas anders aus. Er ist etwas so groß wie der Merkur, ist der zweitgrößte Mond. Die Umlaufzeit ist etwas größer. Genauso hatten wir gerade ja schon besprochen, wiedergebundene Rotation. Das heißt, die Rotationsperiode, wie lange braucht der Mond, um sich selber zu kreisen, beträgt auch 16,7 Tage. Es ist der äußerste galiläische Mond, also hat eine viel größere Entfernung als Ganymed, fast das Doppelte. Er ist ungefähr anderthalb Mal so schwer wie der Erdmond und ist etwas wärmer, ja, 25 Grad wärmer als Ganymed. Hier gibt es ein paar schöne Aufnahmen. Der Krater Valhalla. Und Sie sehen schon, da gibt es so konzentrische Kreise, also schon andere Oberflächenstrukturen. Und das ist eben das Spannende, sich die Oberfläche eben genau anzuschauen und dann auch zu vergleichen und festzustellen, hoppla, da gibt es doch bei diesen galiläischen Monden große Unterschiede. Diese Einschlagregion hier heißt Asgard, 1997 mit Galileo aufgenommen. Und Sie sehen eben auch, dann da, wo der Einschlag war, wurde eben das Material unter Umständen hunderte von Kilometern weit herausgeschleudert und hier um das ganze Gebiet verteilt. Wie sieht es bei der Oberfläche aus? Es ist natürlich auch ein Eispanzer, wieder ein Eismond. Sie haben die zweithöchste Einschlagdichte von Kratern im ganzen Sonnensystem. Der größte Krater heißt Heimdall mit 210 Kilometern Durchmesser. Es gibt riesige Einschlagbecken mit Ringen, die wir gerade gesehen haben, Valhalla und Asgard. Es gibt keine größeren Gebirgszüge. Da ist also die Frage, ist da jetzt keine Tektonik am Werke zum Beispiel? Das Ganze scheint auch sehr, sehr alt zu sein. Fast vier Milliarden Jahre alt. Es ist also fast so alt wie das Sonnensystem. Hat sich also nicht viel getan. Und von der Atmosphäre her hat man festgestellt, es gibt hier eben Kohlendioxid um den Mond herum. Hier der Aufbau anders, wie Sie sehen, als bei Ganymed. Man hat ein Gemisch aus silikatischem Gestein und Wassereis, fast 50-50 hier im Inneren. Auch hier wieder ein möglicher Ozean, unterirdisch, sagt man da unterirdisch, untermonisch, keine Ahnung. Natürlich wieder die Eisschicht. Und ähnlich ist es auch bei dem Mond Europa. Auch wieder ein Eisplanet, aber auch wieder Unterschiede. Also sehr interessant. Also auch hier schon von der Anmutung her hat schon fast so was Biologisches, wie mit von Adern durchzogen, wie eine lebende Zelle oder sowas sieht da aus. Hier sehen wir auch wieder so einen Krater mit Auswürfen. Das wurde auch aufgenommen, das Bild von Galileo. Und hier haben wir einen Körper, der eben jetzt ein bisschen kleiner ist. Die Umlaufzeit, dreieinhalb Tage, etwa so groß, 90 Prozent vom Erdmond. 670.000 Kilometer entfernt, die große Halbachse also 65 Prozent ungefähr von der Masse der Erde, vom Erdmond, Entschuldigung. Temperatur hier wieder ein bisschen geringer. Da reden wir eher von 102 Kelvin. Und natürlich auch wieder gebundene Rotation. All diese besprochenen Körper sind sehr interessant, um nach Leben zu suchen, weil man sich eben fragt, könnte unter dem Eispanzer, dort wo nämlich der Ozean flüssig wird, könnte da irgendwie sich Leben entwickelt haben, in dem flüssigen Bereich, weil nämlich auch organische Moleküle vielleicht eingetragen wurden in diesen Mond durch Einschläge. Und deshalb möchte man eben diese, vor allem diese drei Jupiter-Monde sich genauer anschauen. Der Europa ist deutlich jünger. Wir sehen hier den Einschlaggrad der Pwüll, 26 Kilometer Durchmesser. Das war also auf dem großen Bild auch gut zu sehen. Unheimlich viel helles Material, was hier ausgeworfen wurde, was man hier sieht als Spur des Einschlags. Die Oberfläche ist ungefähr so groß wie Afrika, nur mal um die Größenverhältnisse einzuordnen. Der Mond an sich ist hier auch wahnsinnig hell, also ist vergleichbar mit der Venus. Man spricht ja von der sogenannten Albedo, die Rückstrahlfähigkeit. Eine Albedo von 0,67 bedeutet, 67 Prozent der eingestrahlten Strahlung wird wieder reflektiert. Und es ist durchaus eben vergleichbar mit der Venus, die ja durch die Venuswolken auch fast eben weiß erscheint. Der größte Krater hat 50 Kilometer Durchmesser. Es sind insgesamt nur sehr wenige Krater bekannt, 41. Und das zeigt Ihnen schon, okay, wenn da nicht viele Krater sind, muss das Ding wieder jung sein. Da muss irgendeine geologische Aktivität sein, die dafür gesorgt hat, dass diese Krater verschwunden sind. Bei der Erde ist es ja genauso. Wir haben auch Tektonik, wir haben natürlich Oberflächeneffekte, auch der Mensch greift natürlich ein. Und da sind auch die Krater eben nicht so ohne weiteres zu sehen, eben vor allem durch Aufnahmen aus dem Weltraum. Es gehört zu den jüngsten Regionen dieser Mond Europa im ganzen Sonnensystem. Der ist nämlich nur 90 Millionen Jahre alt. Also da hat sich dann offenbar einiges getan. Man kann sich jetzt hier fragen, also auch hier gibt es die Vermutung, dass es einen unterirdischen Ozean gibt. Aber an der Oberfläche ist es eben so, die Partikel, die die Oberfläche bombardieren, sind eben relativistische geladene Teilchen. Und relativistisch bedeutet eben fast so schnell wie das Licht. Das heißt, wenn es da Leben an der Oberfläche geben sollte, dann würde es natürlich ausgelöscht werden durch diese kosmische Strahlung. Bei uns gibt es auch die kosmische Strahlung, bei der Erde ist das auch ein Problem. Wir haben aber zum Glück unsere Schutzhülle. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel hochgehen in die Atmosphäre, sind Sie mehr dieser kosmischen Strahlung ausgesetzt. Bei einem Interkontinentalflug mit einem Flugzeug, beim Arbeiten auf der ISS und so weiter, sind Sie dann eher dieser Strahlung ausgesetzt, die natürlich auch dann Krebs erzeugen kann. Das heißt, die Oberfläche ist ein schlechter Ort für Leben. Aber die große Frage ist eben, wie ist es in der Tiefe, wo eben auch diese hochenergetischen Teilchen natürlich abgeschwächt werden und nicht hinkommen. Könnte sich da unterseeisch eben Leben entwickelt haben. Man hat festgestellt, dass organische Verbindungen eingebracht wurden. Es gibt sogenannte Schichtsilikate. Da glaubt man eben, es gab einen Impact unter einem sehr flachen Winkel, wie das da aufgeschlagen ist. Das ist ein sehr langsames Objekt und langsam heißt eben auch, dass da bevorzugt mehr von diesen organischen Verbindungen zu finden sind. Und das wäre eben eine Möglichkeit, dass diese Verbindungen, die dann vielleicht sogar Leben gebildet haben, auf diese Art und Weise dort hingebracht wurden. Hier nochmal eine schöne Oberflächenstudie, auch jetzt von Galileo, also auch wieder etwas älter, 20 Jahre alt ungefähr, ein Oberflächenrelief, wo Sie sehr schön sehen, wie es da Furchen und Gräben gibt. Was das Charakteristische ist und was ja auch anders aussieht als bei den anderen Jupitermonden, das sind die Linnaeä, also von Linear, wissen Sie, was es wohl bedeutet, längliche Strukturen. Das waren diese roten, aderförmigen, länglichen Strukturen, ein ganzes Netzwerk aus Gräben und Furchen. Zum Teil sind die bis zu 20 Kilometer breit. Man weiß nicht so genau, ob die im Kryovulkanismus entstanden sind oder ob es Geysire gibt, also Fontänen von Flüssigkeiten oder auch von Ammoniak zum Beispiel, der da austritt. Die Frage ist eben auch, ob das durch die Gezeiten dann hervorgerufen wird. Das ist ja eben, wie wir besprochen haben beim Kryovulkanismus, der Grundgezeitenkräfte kneten diesen Mond durch und sorgen dann eben dafür, dass es zu Erwärmung kommt und das Eis schmilzt und dann nach oben strömt und austritt. Also auch hier, wie wir besprochen haben, die Möglichkeit für unterirdische Ozeane. Man hat sogar Wasserfontänen gesehen, die bis zu zwei Kilometer hoch herausgeschossen werden. Warum eigentlich so weit? Es ist natürlich klar, die Schwerkraft von so einem kleinen Mond ist natürlich gering. Schwere Beschleunigung ist viel geringer. Das heißt, das ist zum Beispiel wie bei Churi, also gut, Churi ist natürlich noch kleiner. Der Kometenkern mit 4x4x3 Kilometer Größe, Quietsche-Entchen-Form, hat eine schwere Beschleunigung, die ist 10.000-fach kleiner als bei der Erde. Das heißt, wenn Sie auf dem Churi rumlaufen und Sie springen einfach mal kurz nach oben, dann fliegen Sie weg. Und ähnlich, also nicht ganz so schlimm, ist es bei Europa. Sie haben eben dann Wasserfontänen, die kaum festgehalten werden können und dann unheimlich hoch in die Hochatmosphäre eben herausgetrieben werden. Es gibt weiterhin sogenannte Lentikuläe, das sind also Flecken, kreis- und ellipsenförmige Strukturen, die man auf der Oberfläche sieht. Da glaubt man, dass es eben wärmeres Eis ist, was eben im Inneren aufgestiegen ist. Und einen ähnlichen Effekt gibt es auch bei der Erde. Da gibt es die sogenannten Magmakammern, wo eben auch Magma aus dem Inneren der Erde aufsteigt und sich dann in solchen Kammern sammelt. Letzter Mond, Jo, oder wie die Profis sagen, Io. Der sieht schon wieder ganz anders aus. Komplett anders. Und das hat einen Grund. Es ist nämlich die aktivste Vulkanregion im ganzen Sonnensystem. Sie können hier wirklich über sehr, sehr kurze Zeiträume zuschauen, wie sich diese Oberfläche von Io verändert. Und das konnte man wirklich zeigen, indem man einfach mit Sonden Fotos geschossen hat, dieselbe Region später, noch mal wenige Jahre später fotografiert hat und festgestellt hat, da erkenne ich ja überhaupt nichts mehr wieder. Sieht alles anders aus. Und das liegt eben daran, Io hat die geringste Entfernung, das ist fast eben vergleichbar mit der Entfernung Erde-Mond. Der ist sehr, sehr nah dran. Das ist der innerste Jupiter-Mond. Und der spürt natürlich die Gezeitenkräfte von dieser wahnsinnig großen Jupiter-Masse am stärksten. Und das ist wirklich heftig, was sich da eben für ein Schauspiel dann abspielt. Erstmal vielleicht noch zu den weiteren Daten. Er ist also ungefähr auch so groß wie der Erdmond. Er hat eine Umlaufzeit von nur einem Tag um sich selbst. Auch eine gebundene Rotation. Er braucht nur ein, also 1,7, knapp zwei Tage, wenn Sie großzügig aufrunden, um einmal um den Jupiter herumzulaufen. Die Oberflächentemperatur Minimum ist nicht genau bekannt. Durchschnittlich 130 Kelvin. Und es ist eben kein Eismond. Er ist heiß genug. An der Oberfläche, hier wir reden von Maximum 200 Kelvin, das sind immerhin minus 70 Grad Celsius. Vielleicht auch nicht empfehlenswert für den Urlaub, aber da ist es einfach deutlich wärmer als bei den anderen Monden. Der Vulkanismus wird gespeist, im Wesentlichen durch die Gezeiten. Und da reden wir nicht nur von den Gezeitenkräften durch den Gasgiganten Jupiter, sondern es gibt auch sogenannte Resonanzeffekte, wenn nämlich die anderen Monde günstig stehen. Da zeige ich Ihnen gleich mal eine schöne Animation. Dann können die Gezeitenkräfte zusammenwirken. Ähnliches haben wir auch beim Erdem-Mond-System. Auch die Sonne spielt natürlich eine Rolle, die ist zwar viel weiter weg, ist aber deutlich massereicher. Und Sie kennen ja diesen Effekt bei der sogenannten Springflut, Springtide. Dann wirken eben günstig die Gezeitenkräfte von Mond und Sonne zusammen, sodass der Flutberg besonders groß wird. Ähnliche Effekte gibt es, wenn eben der Jupiter zusammen mit den Monden Europa und Ganymed in Resonanz wirkt. Dann kriegen wir so groß Gezeitenberge, dass eben hier das bis zu 300 Metern hochschwappen kann sozusagen. Und wenn Sie es mal vergleichen, Gezeitenberge bei der Erde sind nur 30 Zentimeter. Also das ist wirklich ordentlich. Was da weiterhin auch eine Rolle spielt, ein wichtiger Fakt ist, ist diese exzentrische Umlaufbahn. Das heißt, der Io hat so eine eher ovale Bahn um den Jupiter und wenn die kreisförmig wäre, hätten Sie eben auch nicht diese Gezeitenkräfte in dieser Stärke. Hier sehen Sie, was mit der Resonanz gemeint ist. Das ist also eine schöne Animation von einem User, der das auf Wikipedia eingestellt hat, 2011, Mad Marex. Jupiter ist hier zu sehen, der innerste Mond Io und da steht also eine 2 zu 1 Resonanz mit Europa. Was heißt das? Während Europa einmal umläuft, hat sich Io dann zweimal um den Jupiter gedreht und es gibt ein ähnliches Phänomen mit Ganymede, da ist es dann eine 4 zu 1 Resonanz. Also wenn Ganymede einmal herumgekreist ist, dann ist Io viermal um den Jupiter gekreist. Und wenn die also günstigerweise dann eben sich verstärken diese Effekte, dann haben sie diese besonders starken Gezeiten-Effekte. Das führt eben zu dem heftigen Vulkanismus. Das Innere von Io wird die ganze Zeit durchgeknetet. Sie haben da ganz enorme Kräfte natürlich und das führt eben dazu, dass Sie hier solche Vulkanschlote wie Tupan Patera haben, 57 Kilometer Durchmesser. Oder Sie können eben auch keine Impact-Krater finden, kein Wasser finden, weil eben alles die ganze Zeit durchgeknetet wird. Die sogenannten Kaldären, die bis zu 400 Kilometer groß sind, kann man beobachten. Lavaflüsse, die mehrere hundert Kilometer lang sind. Hotspots, die es auch auf der Erde gibt, die konnte man über Infrarotbeobachtungen sehen. Das ist also wie eine Art Wärmebildkamera. Wenn Sie eine Wärmebildkamera draufrichten, können Sie eben genau die Temperatur messen über diese Strahlung und stellen fest, die Hotspots haben also Temperaturen von 2000 Kelvin. Das ist also ziemlich ordentlich. Das ist schon fast die Hälfte von der Oberflächentemperatur der Sonne. Tektonisch ist aber auch aktiv. Sie kriegen dann Berge, die bis zu neun Kilometer Höhe sind, also vergleichbar mit Mount Everest. Es sind sehr junge Gebiete, ständig haben Sie Veränderungen und das kann man eben sehen, indem man verschiedene Bilder von Raumsonden vergleicht. Und es ist sozusagen die Hölle auf Io, eine Schülfeldioxid- Atmosphäre. Da wollen Sie also nicht wirklich längere Zeit verbringen. Man sieht auch sehr schön, dass da Eruptionen hochgetrieben werden. Das war auch ein, ich glaube, das war sogar ein Astronomy Picture of the Day damals, 1997 von Galileo aufgenommen. Sie sehen nämlich hier diesen Ausbruch, der wirklich deutlich gegenüber der Mondoberfläche sich abhebt. Das sind also wirklich hier Eruptionen, die bis zu 140 Kilometern aufsteigen. Wieder aus dem selben Grund. Io hat eben eine kleine Schwerkraft und deshalb wird es kaum festgehalten und kann sehr hoch steigen. Wie sieht der Innen aus? Er wird die ganze Zeit durchgeknetet. Man glaubt, im Inneren gibt es tatsächlich einen metallischen Kern aus Eisen oder Nickel, also auch wieder vergleichbar mit der Erde. Es gibt eine dicke Magmaschicht, keine Eisschicht. Es gibt hier einen Gesteinsmantel, eine Silikatschicht und da befinden sich also diese Magmakammern. Nun möchte ich Ihnen ein paar neuere Erkenntnisse und neuere Bilder zeigen, die wir eben der Juno-Mission verdanken und das ist eigentlich der Grund für diesen Vortrag. Wir haben nämlich im letzten Jahr darüber nachgedacht, welches Thema könnten wir denn bringen und da waren also gerade spektakuläre neue Bilder erschienen von der Juno-Mission und deshalb möchte ich Ihnen die natürlich zeigen. Erst ganz kurz zu der Mission, das ist ganz erstaunlich erstmal von der Technik. Das Problem nämlich in der Raumfahrt ist, wenn Sie in das weite Sonnensystem rausfliegen wollen, zum Beispiel mit der Sonde New Horizons bis zum Pluto, dann ist ja das große Problem, je weiter Sie von der Sonne wegkommen, umso schwächer ist auch die Sonne und die Strahlung der Sonne. Das heißt, es macht keinen Sinn mehr, bei großen Entfernungen, beim Besuch des äußeren Sonnensystems, da Solarpanels draufzubauen. Es kommt nicht mehr genug Energie von der Sonne an. Das heißt, da macht man das normalerweise so, dass man Radionuklidbatterien verwendet, man führt also eine radioaktive Quelle mit, ist natürlich auch in der Kritik, weil wenn da irgendwie ein Unfall passiert beim Start, dann regnet der ganze radioaktive Kram auf die Erde runter. Das hat man aber im Griff und natürlich sind auch diese radioaktiven Elemente dann gekapselt, also das kann man also durchaus kontrollieren, das Ganze. Hier allerdings hat man, obwohl es eben, es ist ja nicht das äußere Sonnensystem, wir reden ja von der Reihenfolge her, Merkur, Venus, Erde, Mars, dann kommt schon auf Nummer fünf der Jupiter, aber immerhin, es ist trotzdem so weit draußen, dass es schwierig ist. Zum ersten Mal hat man eben hier sehr effiziente Solarenergie-Technik an Bord von Juno ausprobiert und es hat funktioniert. Gestartet wurde das Ganze 2011, dann dauert es eben typischerweise, je nachdem wo der Jupiter gerade relativ steht zur Erde, einige Jahre. Ankunftszeit war dann im Jahr 2016. Kosten, Sie interessieren sich ja vielleicht auch immer, was kostet der Spaß? Es dürfte nicht mehr kosten, weil es aus dem New Frontiers Programm der NASA finanziert wurde, als 700 Millionen US-Dollar, das ist also durchaus eine typische Hausnummer auch von solchen Raumsonden-Missionen. Wissenschaftliche Ziele waren, von dem Jupiter-Gasplaneten die Atmosphäre zu erforschen und das Magnetfeld, wie gesagt, schlauchförmig um den Planeten herum sitzt dieses Magnetfeld und das Ziel war eben, diese Sonde so nahe heranzubringen, dass sie als Orbiter durch diesen Schlauch hindurchfliegt und dabei über die Magnetfeldsensoren diese Magnetfelder messen konnte. Außerdem an Bord Kameras, die optisch und UV-Aufnahmen machen können und Spektrometer, das bedeutet, man kann eben dann das Licht zerlegen und kann Spektren aufnehmen, kann damit eigentlich herausfinden, dann woraus die Teile der Atmosphäre zum Beispiel bestehen. Absolutes Novum und das war auch das Titelbild, was Sie gesehen haben, wenn Sie das anschauen und da kommen wir gleich nochmal auf ähnliche Bilder. Was? Das soll Jupiter sein? So kenne ich den gar nicht. Und der Grund ist eben, wir sehen, wenn wir auch von der Erde aus schauen, natürlich immer nur, da geht also irgendwie schräg die Drehachse durch den Jupiter durch, wir sehen eben kaum die Polarregion von der Erde aus. Und auch die Sonden, die bislang da vorbeigeflogen sind, sind nicht über die Polregion geflogen. Und das war eben das Novo mit Juno. Zum ersten Mal flog eben diese Sonde in die Polarregion und konnte dann eben die ersten Bilder liefern. Und das war wirklich spektakulär, was man da gesehen hat. Hier nochmal eine eher schematische Darstellung zu der Magnetosphäre. Also sie zeigt Ihnen hier, dass es so ein Schlauch ist, der sich da um den Jupiter windet. Und Sie sehen eben sehr schön in diesem Sketch, dass die Juno-Sonde eben durch diesen Schlauch durchfliegt und dann auch unterschiedliche Stärken des Magnetfeldes messen kann, auch in unterschiedlichen Höhen über der Wolkenschicht von Jupiter. Die Strahlungsgürtel hier sind die heftigsten, wie schon gesagt, im Sonnensystem. Wenn Sie also da eine Elektronik haben, wird die nicht lange überleben. Das ist natürlich dann schwierig für solche Sonden. Da muss man also dafür sorgen, dass eben die elektrischen Teilchen, die da eben hereinprasseln auf die Elektronik, eben keinen Schaden anrichten oder dass der Durchflug eben schnell vonstatten geht. Man findet nämlich nicht nur relativistische Elektronen, sondern auch Ionen verschiedener Spezies, Wasserstoff, Sauerstoff und Schwefel, die also hier beschleunigt werden. Und dann haben Sie genau dieselben Effekte wie bei der Erde. Wenn elektrische Teilchen, die zum Beispiel von der Sonne kommen, zur Erde fliegen, dann prallen die wie eine Art Schutzschild, nämlich hier an die Magnetosphäre der Erde, können also da nicht durch, aber sie können eben da, wo dieses Magnetfeld eben wie so eine Art Trichter die Pole hat, dort können die langsam eben so schraubenförmig herunterstürzen. Und da reagieren sie natürlich irgendwann mit der Atmosphäre. Es gibt da einen Zusammenstoß, diese elektrisch geladenen Teilchen mit Gasmolekülen und dann gibt es die charakteristischen Leuchteffekte, die man eben Polarlichter bei der Erde nennt oder im Allgemeinen Auroren, eine Aurora. Und das hat man eben beim Jupiter auch beobachtet. Sehr schön übrigens, das wollte ich Ihnen nicht vorenthalten, wie nennt man das Instrument, den Jupiter Energetic Particle Detector Instrument oder sehr schön für die Star Wars Fans, Jedi, die Jedi-Ritter. Sehr schön. Das war bestimmt ein Jedi-Fan, der sich das ausgedacht hat, ein Star Wars-Fan, bin ich mir ganz sicher. Hier sehen Sie spektakuläre Aufnahmen, die aber jetzt nicht von der Sonde gemacht wurden, sondern erstaunlicherweise vom Hubble-Weltraumteleskop. Das hat nämlich die Möglichkeit, auch Ultraviolett-Aufnahmen zu machen. Und das sind hier UV-Aufnahmen. Und das Spannende ist eben, Sie sehen hier in der Polarregion das, was wir gerade besprochen haben, eine Aurora. Aber nicht nur das, eben diese elektrisch geladenen Teilchen haben auch was mit den Monden zu tun. Ich hoffe, ich habe die Zuordnung hier richtig gefunden. Also bei dieser Quelle, wenn Sie auf der Hubble-Website gucken, das Bild sich anschauen, ich glaube, das war 90er Jahre oder sowas aufgenommen worden. Da war die Beschreibung nicht wirklich leicht zu verstehen, welcher Mond an welcher Stelle sich befindet. Also Sie haben einmal diesen Auroren-Effekt durch die elektrisch geladene Teilchen. Aber das Interessante und das ist wirklich faszinierend, Sie sehen sogar die Spuren von den Jupiter-Monden, die nämlich auch ja sich durch diese Magnetosphäre bewegen. Sie erzeugen dabei elektrische Ströme und diese fließen dann natürlich auch durch das Magnetfeld von Jupiter und sorgen dann da für Leuchterscheinungen. Also Sie sehen dann in diesem Bild wirklich faszinierenderweise Spuren von drei der vier galiläischen Monde. Das wurde jetzt nochmal neu aufgenommen. Die Aufnahme sieht jetzt nicht so spektakulär auf, ist nicht so hoch aufgelöst, wurde im Infrarot jetzt diesmal aufgenommen. Ähnliche Struktur, diese kreisförmigen, ellipsenförmigen Auroren, hier jetzt aufgenommen mit Juno vor wenigen Jahren, vor ein oder zwei Jahren. Die südliche Hemisphäre, das ist also wirklich, wenn Sie den Jupiter kennen und oft eben Bilder gesehen haben, dann haben Sie sowas wahrscheinlich, das ist nämlich ein ganz neues Bild von 2018, das haben Sie vermutlich so noch nie gesehen. So kennen wir einfach den Jupiter nicht. Wir sehen nämlich hier die südliche Hemisphäre und Strömungen, die wir also hier noch nie zuvor gesehen haben. Ganz, ganz ungewöhnliche Bilder von Jupiter und zum Teil sehen sie aus wie gemalt. Van Gogh, Starry Night, wie heißt das nochmal im Deutschen? Das ist auch dieses Blau und man sieht so galaxienartige, so wirbelförmige Strukturen. Also im ersten Moment könnte man denken, das ist kein Foto, was da geschossen wurde. Es hat jemand gemalt. Also wunderschön anzusehen. In einer Höhe von der Juno-Cam eben aufgenommen, in einer Höhe von 12.300 Kilometern. Und Sie sehen eben diese Flecken, die wir kennen, der große rote Fleck, der kleine weiße Fleck, das ist eben sehr häufig anzutreffen auf Jupiter. Es gibt einfach häufig diese hydrodynamischen Effekte, die zu solchen Phänomenen führen. Und das ist direkt über der Südpolregion aufgenommen. Also ein wunderschönes Bild. Eigentlich ein Gruppenfoto von Sturmgebieten. Alle diese ellipsenförmigen Gebilde sind Zyklone, zum Teil mit Durchmesser von 1000 Kilometern. Also gigantische Sturmgebiete. Und die wurden hier in einer Höhe von 52.000 Kilometern aufgenommen. Hier wieder, also sieht aus wie so ein Auge oder sowas, sieht auch ein bisschen wieder aus wie der große rote Fleck, aber sehr dunkel. Das sind Ammoniak-Eiskristalle, die also sehr, sehr hoch in der Atmosphäre dann auch sogar Schatten werfen. Da kommen dann diese dunklen Strukturen her. Schattenwürfe auf dem, nicht natürlich auf der Oberfläche. Es gibt ja keine, sondern von tieferen Regionen von der Jupiter-Atmosphäre. Auch das ein relativ neues Bild. Und zuletzt wollte ich Ihnen jetzt nochmal hier die Animation zeigen. Also es ist eher eine Simulation, muss man sagen. Wie hat man nämlich das Ganze gewonnen? Man hat ein Foto geschossen mit der JunoCam. Und Sie sehen jetzt hier diesen großen roten Fleck in Dynamik, allerdings simuliert. Also was hat man gemacht? Man hat einfach ein Modell reingesteckt, wie sich wohl diese Strukturen innerhalb des großen roten Flecks bewegen. Natürlich kann man das auch beobachten, kann es auch vergleichen. Aber diese Animation ist eben so entstanden, dass man ein Foto eigentlich genommen hat von Juno, ein gutes Simulationsmodell und dann das eben ein Stückchen weit durchsimuliert hat, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Dynamik von diesem großen roten Fleck ist. Und es ist wirklich faszinierend, das seit Jahrhunderten eben stabil und zu sehen. Dann kann ich Ihnen jetzt noch ganz in Ruhe sagen, wie es weitergeht. Denn Jupiter kriegt wieder Besuch und zwar wird der Start im Jahr 2022 sein. Das ist zumindest geplant. Flugdauer etwas länger als bei Juno, siebeneinhalb Jahre, weil dann eben die Abstandsverhältnisse etwas ungünstiger sind. Damit eine Ankunftszeit bei der Jupiter-Welt im Jahr 2029 von der Mission JUICE, wie sie jetzt heißt mittlerweile. Das steht, also heißt hier übersetzt Saft, ja. Weiß nicht, was Sie sich dabei gedacht haben, keine Ahnung. Jedenfalls den Saft unterhalb der Eiskruste zu sehen, ich weiß es nicht. JUICE steht für Jupiter Icy Moon Explorer. Also es geht wirklich um die Eismonde, die wir besprochen haben. Ganymed, Callisto, Europa. Das sind die vornehmlichen Ziele. Man möchte nämlich genau durch Kameras, durch Spektrometer, durch Magnetometer, sogar durch Radar, der durch die Eischicht durchschauen kann, durch Höhenmeter, möchte man eben diese Monde so genau kartografieren und untersuchen, um herauszufinden, was befindet sich im Inneren. Könnte sich da biologisches Material in den Ozeanen befinden? Und damit möchte ich auch schon zusammenfassen. Was möchte ich Ihnen da mitgeben? Wir haben festgestellt, es sind faszinierende, interessante und auch sehr seltsame Welten. Immer wenn wir in das Weltall schauen, treffen wir auf neue Bedingungen, neue Verhältnisse. Und das ist natürlich jetzt beim Jupiter-System besonders spannend, sich das anzuschauen. Es ist kein Planet, wo Sie einfach mal hinfliegen können und eine amerikanische Flagge dann hissen können. Sie wird nicht stecken bleiben, sie fällt einfach nach unten. Würde ich gerne mal sehen, wie Trump vielleicht den Versuch macht. Schauen wir mal. Jedenfalls wird es nicht funktionieren. Die faszinierenden Fotos habe ich Ihnen von diesen bizarren Welten gezeigt. Die ersten tollen Fotos von der Polarregion. Die interessanten Vergleiche, die man ziehen kann zwischen den Magnetosphären unserer Erde, aber auch eben von dem Jupiter, die ja ganz anders offenbar gestaltet ist. Es gibt doch viele Ähnlichkeiten zum Erdmond. Wir haben zum Beispiel von den Eismonden ja gesehen, dass die durchaus vergleichbare Abstände haben, vergleichbare Größen, vergleichbare Massen haben. Aber auch große Unterschiede, weil es einfach eine sehr, sehr kalte Region ist. Bis auf Io, wo es eben dann doch deutlich wärmer wird. Ich habe Ihnen hoffentlich auch gezeigt, dass es sich lohnt, so viel Geld auszugeben. Es sind im Wesentlichen ja Steuergelder. NASA, ESA sind finanziert von eben Steuermitteln. Es sind einige Milliarden Euro unterm Strich, die Sie für mehrere Raumsonden da ausgeben müssen. Es relativiert sich immer, wenn Sie andere Haushalte sich da angucken, wenn Banken gerettet werden, hat man auch mehrere Milliarden Euro plötzlich parat. Und so weiter. Der Verteidigungshaushalt hat mehrere hundert Milliarden Euro, glaube ich, von den USA. Also es relativiert sich alles, wenn Sie die richtigen Vergleiche ziehen. In meinen Augen deshalb natürlich als Naturwissenschaftler muss man sagen, es lohnt sich, dahin zu fliegen. Es sind neue Erkenntnisse, die uns ja interessanterweise wieder doch zurückführen zu den Fragen, was bedeutet es, hier auf der Erde zu leben? Warum haben wir es überhaupt geschafft? Und das ist auch eine spannende Frage, die man, wenn man nämlich die Entwicklung des Sonnensystems betrachtet, das war jetzt nicht Thema des heutigen Abends, aber das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Kommentar. Der Jupiter wird auch immer gerne als Rüpel des Sonnensystems bezeichnet, weil er eben in der Vergangenheit des Sonnensystems eine Wanderung durchgeführt hat. Wie Harald Lesch ja gern zu sagen pflegt, auch dieser Planet hat Migrationshintergrund. Er wanderte nämlich in das innere Sonnensystem, hat dann eine Resonanz gehabt mit Jupiter und die haben wirklich alles durcheinander gewirbelt. Bei Urknall, Weltall und das Leben finden Sie tolle Vorträge, die das auch dokumentieren, unter anderem auch von Harald Lesch, der natürlich dann das wunderbar zusammenfasst. Und da ist sozusagen einiges passiert. Die Asteroiden wurden durcheinander gewirbelt, aber es war offenbar auch wichtig, andere von diesen Gasplaneten bleiben nämlich hängen. Und das ist das Beispiel, nämlich der erste Planet, der entdeckt wurde, 51 Pegasi, das ist 1995 gewesen. Das ist ein sogenannter Hot Jupiter, ein Jupiter, der einfach unheimlich nah an seinem Heimatgestirn dran ist. Der ist sozusagen da hängen geblieben, hat die Wanderung eben nicht weitergeführt. Der Jupiter bei uns ist zum Glück wieder zurückgewandert. Und damit gab es natürlich diese ganzen Umwälzungen, Sonnensystemen, Bereinigungseffekte. Der Jupiter ist auch eine Art Staubsauger. Er ist nicht nur ein Rüpel, er ist auch ein Staubsauger von Kleinkörpern, der sie hinter sich herzieht, zum Beispiel in Form der Trojaner, eine ganze Sippe von Kleinkörpern, die dem Jupiter folgt. Er ist ein Rüpel auch insofern natürlich, dass er eben es nicht zulässt, dass in seiner Nähe ein weiterer Planet sich bilden konnte. Deshalb gibt es da den Asteroidengürtel, weil das wäre genau die Stelle, wo eigentlich ein großer Planet hätte entstehen können. Aber der Jupiter hat so starke Gezeitenkräfte in seiner Nähe, dass das nicht funktionieren konnte. Trümmerteile sind okay. Und das funktioniert, deshalb haben wir zwischen Mars und Jupiter die Asteroiden. Also eine unheimlich spannende Geschichte, eine Analyse, eine Untersuchung, die uns auch wieder zu uns selbst zurückführt und dann zu dem schönen Hamertplaneten Erde, der so schön stabil ist. Die größten Erfolge der Erforschung der Jupiter-Welten waren natürlich Galileo und Juno bislang. Mit Juice, mit der ESA, müssen wir dann sehen, was da kommt. Wir haben viel Neues erfahren über die Atmosphäre und die Magnetosphäre von Jupiter über seine Monde. Den Kryovulkanismus kennt man eben erst seit ungefähr 13 Jahren, wurde also zuerst eigentlich bei Saturn entdeckt, findet aber eben auch an anderen Orten des Sonnensystems statt. Eine ganz neue Form von Vulkanismus. Und natürlich die spannende Frage mit diesen Wasserozeanen, unterirdisch, unter einem Eispanzer, könnte sich da Leben entwickeln. Und deshalb wird es eben spannend, was die Mission Juice in dem Zusammenhang bringen könnte. Denn erstaunlicherweise muss man ja sagen, obwohl sich diese Gebilde außerhalb der habitablen Zone befinden, also außerhalb der Zone, wo eigentlich Wasser flüssig sein kann, die endet ja eigentlich etwa beim Mars, ist es dann erstaunlich unter diesen abgefahrenen Verhältnissen der Eismonde möglich, dass eben auch hier Leben entstanden sein könnte. Ob das so ist, werden wir dann hoffentlich in circa zehn Jahren erfahren. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus